Dieter Stockfisch ist ein deutscher Marineoffizier und Autor. Leben Stockfisch trat nach dem Abitur 1962 als Marineoffiziersanwärter in die Bundeswehr ein. Er wurde an der Marineschule Mürwig in Flensburg-Mürwig ausgebildet und diente in verschiedenen Verwendungen U.A. als Fernmeldeoffizier im Zweite Landungsgeschwader. Als Kommandant auf einem U-Jagdboot und als Lehrgangsleiter an der Marine-Unterwasserwaffenschule. Er durchlief von 1975 bis 1977 den 17. Admiralstabslehrgang an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Danach war er Kommandant der Fregatte Augsburg und Kommandeur des Zwei-Zerstörer-Geschwaders. Darüber hinaus war er Referent im Führungsstab der Marine und beim Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung. Er diente von 1989 bis 1993 als Branch Chief Combat Requirements im Hauptquartier der Allied Forces Nord-An Europe in Norwegen. Zuletzt war er Referatsleiter Operation der Flotte im FÜM. 1998 trat er in den Ruhestand. Er war danach publizistisch und journalistisch tätig. So wurde er ab 1999 Redakteur für Marine- und Sicherheitspolitik bei der Fachzeitschrift Soldat und Technik bzw. Strategie und Technik und verantwortlicher Redakteur des Wehrtechnischen Reports. Er ist auch seit 2001 Herausgeber des Standardwerks für Soldaten der Reibert. Schriften Menschenführung an Bord Ein Leitfaden für den Marine-Offizier HSG Vom Deutschen Marine-Institut Mittler, Herford 1981 ISBN 3-8132-01287 Menschenführung in Frieden, Krise und Krieg Mittler, Hamburg U.A. 1997 ISBN 3-8132-0538X Mit Sigurd Hesk und Tram Schulze-Wegener Heinrich Walle 50 Jahre Deutsche Marine im Bild Report Verlag Bonn 2006 ISBN 978-3-9-3-2-3-8-5-2-5-4 HSG Der Reibert Das Handbuch für den deutschen Soldaten REV Ausgabe ES Mittler & Sohn, Hamburg 2013 ISBN 978-3-8132-095-7-0 Das Handbuch für den catchy quizzes